... Okay, die kommen gleich hier rüber. Ich hoffe, sie schießt nicht sofort. Wahrscheinlich schießt sie sofort. Wir werden auf keinen Fall unentdeckt bleiben. Wir werden sowas von nicht unentdeckt bleiben. Ähm... Oh! Äh, w-w-hä? Hat die mir noch eine geworfen? Was ist denn hier los? Ist das die Dinge oder was? Es gibt drei Odin-Leitstände auf dem Ausmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugen-Leitstand die Backbordverteidigung. Der Munen-Leitstand die Steuerbordverteidigung. Und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dort hin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugen-Leitstand öffnet. Gefunden! Die anderen Bereiche des Schiffes sind von ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. Danke schön, Siggi! Ja, ja. Such den Hugen-Leitstand und deaktiviere die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Okay, das gefällt mir. Immer wenn du hier bleibst, gefällt mir das. Schießen die Dinger, die da oben rumfahren, eigentlich auch? Ist mir nie aufgefallen. Der Ausmerzer. Hä? Oh nein, ich muss mich wieder daran gewöhnen. Verdammt, neue Aufnahme-Session. Ich merk das gerade. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich sehr fragil bin. Ich bin der fragile BJ. Okay. Dann wollen wir mal. 60,50. Ein bisschen mehr Rüstung könnte ich gebrauchen. Ähm. Okay. Okay. Dann bin ich ja nicht so weit gekommen. Die Tür ist einfach aufgegangen. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Wieso komm ich da nicht hinter? Okay, weißt du was? Für den Dicken? Okay, da hinten hat sie das Ding verhakelt Sag mal, wie soll ich denn das treffen? So, einmal kurz aufladen Oh, wieder mit Billigstrom getankt, das ist nicht gut für die Umwelt Aber den Narzissen ist das natürlich egal Was ist denn das? Eine Angel? Nee Okay Jut, lalalala Limit erreicht, Limit erreicht, ich lauf hier trotzdem einmal durch Das ist auch schön Schlaf erstmal ne Runde Wo kommt der denn jetzt her? So, außer Betrieb, sehr gut Dann geh ich mal ganz kurz nach oben Ich hab keine Ahnung wo ich hin muss, aber ich find's ganz gut Generell ja ein bisschen rumzulaufen Das hat sich voll gelohnt Nice Das hätte sich voll gelohnt Wenn's was bringen würde Aber wo kommen wir denn hier hin? Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon Was ist denn das Ding? Ich hab das Gefühl, ich kann mal nach vorne Ich hab das Gefühl, ich kann mal nach vorne Da kann ich nix machen. Backbord Luftschleuse zu. Also er kann in diesem Bereich nichts finden. Der andere lässt er sich nochmal durch den Kopf gehen. Sieht er uns jetzt, wenn wir hier so vorknipseln? Oh. Okay. Gut, wir können... Hier ist alles außer Betrieb. Was ist denn los bei den Nazis? Signal entdeckt. Ich bin nicht so sicher, ob das gut ist, wenn wir hier die ganze Zeit die Türen einrennen. Okay, da können wir sonst nicht rein. Hier können wir komprimiert durch die Gegend laufen. Und hier können wir eventuell... ...das Signal erstmal ausschalten. Ähm. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo ich hier rauskomme. Ich glaube, das ist das gleiche in grün, oder? Ja, hier waren wir schon. Na, großartig. Okay, na gut, aber wir haben immer mal geguckt. So, wir können hier durch. Problem ist aber, ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht zu laut ist, wenn wir das machen. Hm. Warte. Bis jetzt läuft es ganz gut so. Stellziemäßig. Ich hab das Gefühl, die durchsuchen den Bereich nicht gründlich genug, weil hier ist jetzt auf einmal eine Tür offen. Warum ist denn das hier so neblig? Ich seh nix. Ich seh nichts. Ich seh nix. Der Dicke kommt hier nicht durch die Tür, ne? Jetzt sowieso nicht mehr. So. Ciao. Das war's mit der Verstärkung, Kollege. Vielen Dank für die Patronen. Soll sich für uns ja auch lohnen. Okay, wir sind wieder auf 100. Alles klar. Lalalala. Das brauch ich nicht. So. Odencode eingeben. Okay. Machen wir gleich. Erstmal noch kurz. Sonst gibt's hier nix, ne? Hier ein bisschen Gesundheit. Die können wir aber nicht anfassen. Also wir können die schonen, aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Zack. Also eigentlich sind wir noch ganz gut davon gekommen. Bild. Und hier brauchen wir glaube ich. So. Kurz mal nachladen. Speichern und Odencode eingeben. Mal sehen. Ja. LV. A. L. H. A. L. L. A. Sehr gut, BJ. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Ja, was ist denn das Schönes? Komm zu den heroischen Jagdfliegern. Sieht aus wie Batman. Also nicht er, sondern das da. Und hier auch nochmal heroische Jagdflieger. Alles klar. Okay. Musst ihr jetzt nicht unbedingt die Aufmerksamkeit auf mich lenken? Ähm. Ich weiß nicht, ob ich oben bleiben soll. Zumindest kriegt er das nicht mit. Aber den kann ich von hier glaube ich nicht erschießen. Weil der steht sehr ungünstig. So. Ich hoffe hier hinten ist alles sauber. Wenn wir gleich... Ich habe ja gespeichert. Was soll der Geiz? Ach komm. Den machen wir noch. Ich würde den General gerne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Keine gute Idee. Also schon eine geile Idee. Also funktioniert schon ganz gut. Aber naja. Wir sind leider nicht unsterblich. Wir sind leider nicht unsterblich. Aber unser Sohn soll alles erben. Wir sind nicht unter... Oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Sollte tot sein, hibbelt aber noch. Wahrscheinlich ist ihn kalt. Ciao Kommandant. Mit ein bisschen Glück war's das. Es ist sehr kalt hier oben und sehr windig. Klar, da ist man manchmal mal ein bisschen außer sich. Oder der ist zornig. Vielleicht ist er ja zornig. Den nehmen wir auch immer mit. Und wir hätten glaube ich nach unten irgendwie durchgehen können, ne? Also wir hätten irgendwie unten lang gehen können, aber es wäre aufs gleiche bei rausgekommen. So. So. Da unten brauchen wir auch gar nicht mehr hin. Das wär's bevor's wegkommt. Okay, wo ging's nochmal lang? Okay. Noch jemand hier? Nein, okay. Achso, das war's schon. Alles klar. Frauche müsste hier. Ach. Hey. Okay. Gut. Dann mach ich. Ich speichere nochmal schnell. So. Hier auf. Da rein. Richtig schön gemütlich. Ganz ruhig. Wart mal regelmäßig. Ich liebe dich, William. Oh. Und jetzt? Ich komm... Ich komm hier nicht raus. Ah. So. Hm. Ich geh zum Odin-Hauptleitstand. Wir sehn uns da. Wir sehn uns da, Liebling. Ähm. William. Auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Ach. Hat er lange gehalten. Ich dachte, ich kann hier erstmal gemütlich alle absenzen. Na. Schick mal Verstärkung. Alles klar. Bisschen Muni habe ich. Bisschen safe fühle ich mich hier oben. Ähm. Verstärkung. Verstärkung! Ich bin hier. Ich bin's, euer Bumsburn BJ. Ich warte noch auf euch. Mann, ich seh dich doch. Entschuldigung. Eine Kugel zu viel. Es ist niemals eine Kugel zu viel für euch. Ha, 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 ha. Ich bin jetzt nicht mehr auf euch. Ich bin ein M Hanker-Gesprach. Nein. Ja. Hh. Jetzt bräuchte ich was ihm auf. Ja, ich brauch noch ein bisschen. Eine Sekunde, das ist wichtig. So viel Strom krieg ich nie wieder. So, hier brauchen wir auch kein Limit. Wat? Oh! Wo kommt der denn auf einmal her? Wachen wir nämlich in dieser Level gerade irgendwie so ein bisschen an die alten Doom-Teile. Und hier nochmal, zack. Einmal speichern. Und jetzt gucken wo wir lang müssen. Darunter lieber nicht. Keine gute Idee. Wie wär's denn mit darunter? Okay, das krieg ich so nicht hin. Nochmal. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Wo kam der denn her? War das so random Verstärkung oder hab ich den übersehen? Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Was fällt dem ein? Dem tu nicht gut. Okay, hier unten können wir... Hoffen wir nicht. Ach, ernsthaft? Ich seh dich. Ich seh dich. So, hier... Amiga-Guru-Error. Achtung, Achtung! Da nehm ich mit. Enigma-Code. Hier, schönes altes Tonband. Mit Sisamstraße. Ansonsten brauchen wir hier, glaub ich, nichts. Aber schön wär's, wenn wir hier noch... Können wir hier nicht einen Odin-Code? Ach, sag ich doch. Okay, komm, ich nehm den mal mit. Und ich vermute, dass da gleich noch ein bisschen Besuch kommt. Ich hab keine Ahnung, wo die herkamen, aber... William, da die Steuerbordverteidigung deaktiviert ist, kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle und den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vom Odin-Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also, so schnell wie möglich. Ja gut, es ist nicht so, dass hier gerade keine Party ist. Da ist noch einer. Hier ist bestimmt noch einer. Okay. Wir sollen einen Weg nach oben finden. Jaja, gut, aber... Du hattest schon grad ein paar Probleme. Ist jetzt nicht so, dass du dir zum Spaß rumhambelst gerade. BJ, alter Kumpel. Einen Weg nach oben. Oftmals auch bekannt als Treppen. So, bin oben. Okay, wir sollen hier nach oben. Wir sollen hier einen Weg nach oben. Da kommen wir nicht mehr rein, ne? Gut, wär jetzt auch... Ehrlich gesagt, das wär albern. Ja, da kommen wir nicht rein. Wo sollen denn jetzt lang? Das hört sich ganz furchtbar an. Da will ich bestimmt nicht reingehen. Wahrscheinlich will ich da reingehen. Ich soll irgendeinen Roboterarm benutzen. Verlasse den Munin-Leitstand. Grobe Richtung wär ganz gut. Bäh. Ich seh grad... Ich hab ein Ziel, aber ich... hab keine Zielangabe, wo ich hin muss. Ich versuch grad mit G hier irgendwie... was zu sehen, aber offenbar... Da geh ich bestimmt nicht runter. Von da kam ich grad. Es macht keinen Sinn, da hin zurück zu gehen. Da oben. Ah, da ist die Kralle. Aber... Ah, alles klar. Hallo Kralle. Dann mal kurz nach oben. Das sieht gut aus. đầuㅂ. Das ist ja noch... 's. Das ist ja noch... Vielen Dank.